Wir leben in sehr spannenden Zeiten. Technologien verändern sich rasant und mit diesen Technologien auch die Märkte. Beispiele dafür sind nicht nur das Smartphone mit den vielen Funktionen, was wir alle in der Tasche haben, sondern eben auch die Funktionen, die wir im Internet inzwischen finden. Airbnb oder Uber sind Beispiele dafür, dass Märkte sich disruptiv und sehr schnell verändern können und manchmal auch für Unternehmen sehr überraschende Konkurrenz auftaucht. Was bedeutet das eigentlich für das Arbeiten und vor allen Dingen für das Lernen, wenn wir an die Zukunft denken? Welche Kompetenzen brauchen wir, um auch in Zukunft noch arbeitsfähig zu sein? Und die andere Frage ist, wie eigentlich organisieren wir Lern- und Arbeitsprozesse in der Zukunft? Welche Lernräume braucht es im Virtuellen oder im Reellen, damit wir gut lernen können? Was sind die Rahmenbedingungen für Universitäten, für Unternehmen und für Hochschulen, damit lebenslanges Lernen tatsächlich möglich wird? Wir laden Sie alle ganz herzlich ein, am 28. und 29. März 2019 an die Technische Universität in Hamburg zu kommen, weil wir hier gemeinsam mit Nordmetall das Corporate Learning Camp ausrichten wollen. Bringen Sie Ihre Ideen mit. Die Idee des Corporate Learning Camps ist es nicht, Ihnen fertige Lösungen zu präsentieren, sondern mit Ihnen zusammen Lösungen zu entwickeln. Das heißt, wir brauchen alle Kreativität, die Sie haben, um mit Ihnen gemeinsam die Zukunft zu gestalten.